Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu UML, der Unified Modeling Language. So, heute geht es natürlich um Vererbung. Vererbungshierarchien müsst ihr auch irgendwie in eurem Klassendiagramm darstellen können und dafür gibt es bei UML auch wunderbar einfache Methoden, wie man... Oder was heißt Methoden? Methoden ist vielleicht das falsche Wort, weil man das verwechseln könnte. Arten und Weisen, wie man das Ganze darstellen kann. So, ich werde jetzt hier einfach mal oben drüber eine super Klasse für diesen Zuschauer erstellen, denn Zuschauer, ihr normalerweise seid ja auch einfach Menschen. Und Menschen sind eine super Klasse, deswegen packen wir hier oben einfach mal eine Klasse Person hin. Ha, nicht Mensch, Edgepatch. Und die hat... Ja, die kann natürlich irgendwelche Attribute haben, wie zum Beispiel Name und so weiter und so fort. Aber darum geht es dieses Video nicht und deswegen lasse ich das einfach mal weg. So, und was wir jetzt hier haben, ist eine wunderbare Klasse. Ähm, und jetzt wollen wir irgendeine Vererbungshierarchie machen, denn jeder Zuschauer ist auch gleichzeitig eine Person. Das heißt, diese Is-A-Beziehung, die zeigt euch eigentlich schon fast auf, hey, Mensch, das kann man irgendwie voneinander erben lassen. So, und was jetzt natürlich die Oberklasse ist, ist die Person hier, denn jeder Zuschauer ist eine Person, aber nicht jeder... Jede Person ist gleichzeitig ein Zuschauer. Das wäre geil, ne? Ich glaube, wir machen das andersrum. Ne, ähm, leider nicht. Ähm, aber wir können ja vielleicht uns überlegen, es wäre schön, wenn jede Person ein Zuschauer wäre, aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so. Ähm, zumindest die, äh, über 80 Jahre alten Omis und Opis werden wahrscheinlich relativ wenig Interesse an UML haben. So, und was wir dann hier haben, ist, ähm, zumindest bei mir, hier diese, dieser Pfeil, ich zeichne einfach mal ganz kurz ein. Okay, nein, nicht so rum, andersrum, ich mach das immer falsch rum hier. Ähm, die Pfeilspitze muss an die Oberklasse. Hm, und das Ding hier sollte vielleicht ganz dran. Ja, nein, nein, genau. So, wunderbar. Okay, was wir jetzt hier sehen, ist eine Vererbungshierarchie mit Person als Oberklasse. Das heißt, auf die Oberklasse zeigt dieser Pfeil. Achtet darauf, dass der Pfeil hier nicht ausgefüllt ist. Und das ist auch tatsächlich, ähm, bedeutet, was anderes in UML. Ähm, zumindest kann's oder hat's irgendwann mal was anderes. Sie bedeutet, ich weiß nicht, wie es aktuell in der neuen Version ist, UML 2.0. Ähm, ja, da gibt's tatsächlich auch Versionen davon und manchmal ändern sich die auch. Deswegen tut's mir leid, wenn's vielleicht sich die Darstellungsweise immer mal wieder ein bisschen ändert. Ähm, ich zeige euch jetzt gerade die aktuelle Version, aber ich meine, so viel ändert sich da ja auch nicht. Was will sich denn da groß ändern? Na, egal. Auf jeden Fall, ähm, ist das jetzt eine Vererbungshierarchie, mit Zuschauern als Unterklasse und Person als Oberklasse. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass automatisch diese Zuschauerklasse alle Methoden und Attribute der Oberklasse hier bekommt. Ähm, in unserem Fall keine. Aber es ist trotzdem jeder Zuschauer eine Person. So, wenn wir jetzt hierher gehen, wir haben noch eine weitere Klasse, ähm, zum Beispiel, ja, zum Beispiel mich als YouTuber. Ähm, dann lassen wir das einfach mal so. Dann ist natürlich auch der YouTuber, ich bin auch eine Person. Stellt euch das mal vor, ist unglaublich, ne? Hätte man nie gedacht. So, was jetzt passiert ist, ich kann hier diese Vererbungshierarchie auf zwei Arten darstellen. Und zwar einmal kann ich sagen, Mensch, ähm, nein, das wollte ich eigentlich nicht, ähm, hier rüber. So, ich kann das ganze Ding so darstellen, dass ich zwei verschiedene Pfeile habe. Das heißt einfach zwei separate Pfeile. Oder aber, was ich auch machen kann, ist, ich kann diese Pfeile genauso überlagern, dass es so aussieht, als hätte ich hier, ähm, dieses, die quasi aufeinander. Das ist auch wieder nur eine Darstellungsart. Und ich kann es in diesem Dia immer noch nicht richtig machen. Ist wirklich ganz schön aufwendig. So, ähm, das sieht jetzt aus wie so eine Gabelung. Und das bedeutet tatsächlich einfach exakt dasselbe. Also, wenn ihr irgendwann mal beide Schreibweisen seht, das ist dasselbe, wie wenn ihr hier zwei verschiedene Pfeile habt. Also, Zuschauer, YouTuber haben ansonsten nichts weiter miteinander zu tun, außer dass sie eben eine Unterklasse der Personen sind. Gut, was ich natürlich bei solchen Vererbungshierarchien immer irgendwie haben werde, ist irgendwas mit abstrakt. Und sagen wir mal, diese Person hier oben hat eine abstrakte Methode. Ähm, dann haben wir hier eine Methode, nennen wir sie einfach mal. Wenn wir uns jetzt mal die Kommentare unter diesem Video angucken. Gut, in eurem Fall, je nachdem wann ihr das Video guckt, ist vielleicht noch gar keins da. Ähm, aber meine Kommentare sehen anders aus als eure. Das heißt, bei mir müsste irgendwie eine andere Funktion aufgerufen werden. Das war jetzt so das einzige Beispiel, was mir da tatsächlich spontan eingefallen ist. Ähm, aber ja, wir haben hier eine unterschiedliche, ähm, Methode. Und zwar haben wir hier einfach mal Kommentarschreiben. So, Typ ist einfach mal nicht vorhanden, ähm, weil wir hier ein, äh, ein konzeptuelles Klassendiagramm haben. Und was wir jetzt hier alles machen müssen, ist folgendes. Wir stellen diesen Typ der Vererbung hier auf abstrakt. Das ist eine abstrakte Methode in der Oberklasse hier. Ich kopiere mir das Ganze hier einfach mal kurz, ähm, weil wir das noch brauchen werden. So, und jetzt haben wir hier eine Kommentarschreiben. So, jetzt ist ganz, ganz wichtig, sobald ihr eine abstrakte Methode habt. Das kennt ihr auch schon vom Programmieren. Wenn ihr eine abstrakte Methode habt, dann ist auch gleichzeitig die Klasse abstrakt. Das heißt, hier müsst ihr auch auf jeden Fall den Haken setzen. Es kann sein, dass es irgendwer, äh, irgendein Programm für euch automatisch macht. Ähm, dir macht das nicht. Und das überlässt euch sozusagen alle Feinheiten. Und, ja, was jetzt wichtig ist, jede Unterklasse von Personen muss dieses Kommentar, außer sie ist natürlich abstrakt, aber jede, äh, konkrete Unterklasse, also nicht abstrakte Unterklasse, muss diese Kommentarschreiben-Funktion auch haben. Und die muss dann tatsächlich auch wirklich eine, äh, Implementierung für Kommentarschreiben bereitstellen. So, und das heißt, ich kann hier bei Zuschauer einfach meine Kommentarschreiben-Methode hier wieder reinpacken. Achtung, die ist jetzt nicht, ähm, abstrakt, sie ist auch nicht polymorph. Ähm, sie ist einfach eine ganz stinknormale Methode, die sozusagen überschrieben wird. Und, äh, hier brauche ich diese Methode auch, denn ansonsten müsste meine YouTuber-Klasse auch abstrakt sein. Das heißt, ich habe hier die, na komm, ähm, das heißt, ich habe hier zweimal diese Methode hier überschrieben, sozusagen, weil das hier oben eine abstrakte Klasse ist und die hier eben nicht abstrakt sind. Okay, und ihr seht den Unterschied, das hier ist erstens mal dicker. Also, bei der Person ist diese Methode hier dicker. Und sie ist vor allem kursiv. Und das ist das eigentliche Merkmal. Ich weiß nicht, warum sie dicker ist, aber kursiv ist das eigentliche Merkmal dafür, dass eine Methode abstrakt ist. Ist relativ fein, da muss man wirklich genau hinschauen. Ähm, und Person ist auch eine abstrakte Klasse. Und wenn ihr eine abstrakte Klasse habt, dann könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass irgendwo eine Methode abstrakt ist. Das heißt, abstrakte Methode, wie gesagt, hat auch in der Oberklasse in der Implementierung, also im Code tatsächlich drin, falls ihr euch erinnert an meine Programmieren-Lernen-Videos, ähm, dann habt ihr im Code tatsächlich auch keine, kein Code tatsächlich für diese Kommentarschreiben-Methode, sondern, das steht einfach drin, abstrakte Methode, bla bla bla, und jede Unterklasse muss dann wirklich Code dafür reinpacken. Das heißt, hier steht dann der Code drin, beziehungsweise hier steht der Code drin, und hier in diesem Interface oder der abstrakten Klasse steht einfach nur drin, ähm, das ist jetzt hier eine abstrakte Methode. Jede Unterklasse von mir hat diese Methode und mehr steht dann da eben nicht drin. Ähm, gut, was wir jetzt hier, vielleicht manchmal, also manchmal macht man das noch, ja gut, was heißt manchmal macht man das noch, bei einer abstrakten Klasse wird euch tatsächlich nichts anderes angezeigt, außer dass es hier kursiv geschrieben ist. Ähm, aber manchmal findet ihr wahrscheinlich noch sowas wie, nam 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 nam, wo kann man es angeben, hier, Stereotyp. Und zwar, wie gesagt, bei abstrakten Klassen kriegt ihr da keine Hilfestellung, aber was ihr für Interfaces meistens findet, ist dieser Stereotyp. Der wird dann meistens auf Interface gesetzt, das heißt, es hat tatsächlich die Person nur diese, also quasi keine richtigen Methoden. Es hat wirklich nur abstrakte Methoden, dann ist es ja meistens als Interface modelliert. Kennt ihr wahrscheinlich aus Java, äh, falls ihr mal Java gesehen habt, oder ansonsten aus meinen Programmieren-Lern-Videos, ähm, und ansonsten vielleicht aus welcher Sprache auch immer. Die werden einfach mit so einem, ähm, mit so Anführungen oder zwei spitze Klammern Interface wird es da hingeschrieben. Und dann haben wir hier noch eine kleine weitere Feinheit, also das bedeutet sozusagen, wir haben hier ein Interface und keine abstrakte Klasse in dem Sinne mehr. Ähm, was dann auch oft passiert ist, dass diese Dinger hier nicht mehr abstrakt sind, sondern einfach ganz normal Interface Person oder Person. Und was wir dann auch noch haben ist, wir haben hier keine Vererbungspfeile, denn man erbt ja nicht unbedingt von dem Interface, sondern was wir haben, ist solche Realisierung, äh, Realisierungspfeile. Ich mach's schon wieder falsch rum, ich mach's immer, immer falsch rum. Ähm, gut, was das jetzt bedeutet ist, ähm, ach komm schon. Ja, okay, ähm, gut, das macht's automatisch, super. Ähm, was das jetzt hier bedeutet, diese gestrichelte Linie, heißt einfach, es ist eine Realisierung, keine wirkliche Vererbungshierarchie. Das bedeutet, der Zuschauer, der YouTuber implementieren beide das Interface Person und das heißt, so viel wie sie haben, alle abstrakte Methoden hier drin wirklich als richtige Methoden und können sozusagen diese Schnittstelle benutzen. Interfaces sind ja meistens Schnittstellen, werden wir aber noch genauer drauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich nicht in UML, ähm, sondern wenn es tatsächlich um die Planung geht. UML ist nur eine, eine Darstellungsweise für die Planung und wie ihr tatsächlich auf Interfaces und so weiter kommt, da reden wir dann separat nochmal drüber. Okay, ähm, ja, das war's von meiner Seite erstmal. Ich glaub, das war auch das, was wir alles für Vererbung brauchen. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen, ansonsten kommt noch irgendwann mal ein weiteres Video dazu und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!